ich dachte du wolltest es nicht aufnehmen doch will ich jetzt wohl weil Kottori doof ist so Kottori mach jetzt Ansagen ja ich auch okay ich bin dann Andy tschau was hab ich doch schon nachguckt was ich bin Moment während dein Ernst was ist denn was ist denn los hallo was ist denn alles erstmal flamen weil ich meine Karte angucke oh mein Gott ich dachte ich habe gerade eine Schlange gesehen eine faschistische was sagst du richtig was ist richtig okay also alle machen bitte die Augen zu und seit dem Hintern der Stichsäure ich auch was ich hab's dem auf und schauern kann die jetzt muss ich gar nicht weiter nach der Kette die Leute das sehen am Ende Kottori macht weiter also hinterlegt seine Karte raus also alle mal genau und er ja ja gut dann legen jetzt wird alle er hat sich ja kann leider muss er ja auch zu machen in Hütter-Augenswahrer fisch jetzt mit ihnen einmal die die fasche ihre karten raus 321 alle verschlossene karte rein es geht wieder rein jetzt können sich alle freuen dass die hoffentlich ihre augen noch haben wenn sie ihre augen zugemacht haben wenn sie auch nicht mehr haben haben sie geguckt obwohl sie nicht durften das hat kulturi gemerkt also ich bin ja dafür dass tarkan als ich meine augen aufgemacht habe und da waren da war deine kleinfurt ich glaube er hat ihn direkt weggemacht nachdem du aber da wäre der chat ja noch offen gewesen bei mir ist der chat nur offen wenn man was macht bei mir sind die ganze zeit offen macht man ja mal kurz leinfurt an und aus ja jetzt sehe ich den chat hä ja hä aber er hat er nicht in dem ich gerade eben schon zugemacht direkt nachdem du gesagt hast ich weiß es nicht jetzt der chat war mir wieder weg ich nehme gleich diese karte ist jetzt egal man ich glaube ich glaube nicht dass das tag an irgendwas richtig aber ich glaube das tag ein richtiger fach aus ich mache mit so ist auch so ein fachschau ich könnte wo ich wieder hinkaufen höchstens schau dann würfeln und der dritte da war der steiniger der im Kupac der hat aber auch ein an der wir haben die auch nicht so dass er aber auch nötig ein paar Prozent sind die noch sehr viele die noch viele viele der kommen und ich habe es mir zu einem anderen in der Fall der Inglater auf der das war auch für aber dann in ein paar so wert des matches wechseln einfach so zwei also so ein Verschützer in die Position da kann ich jetzt mal die Fakka macht bitte endlich war eigentlich voll cool Jule denkt mal so ein Faschist und so ein liberales Haufen an Barsch ich mache jetzt die Reise nach Jerusalem in Zykl-Hitler in real life wäre das so ja irgendwie das Faschist ja ich habe aber kurz meine Meinung gewechselt ich bin jetzt Faschist also in dieser Runde liebe ich Hitler die nächste paar abscheu ich ihn ja gut grün mal passieren oh endlich eh ich wurde gewürfelt eh geil oh ne der Feuer sich selbst gewünscht so Gamer ist natürlich immer liberal was da wollen wir nicht immer liberal du was ich habe es in der ersten Runde immer gesagt da was du mal Faschist ist seitdem bist du immer liberal auch als Faschist das heißt wir stimmen jetzt Gamer zum Dingenswomens ja zum Dingenswomens richtig ok ich bumse gerne Dingenswomens aufs Tabletop I'm the President of the Tabletop warte woher sagt jetzt alle nein seid ihr bescheuert oh ok hey was ist denn mit euch Fasch what the fuck ich finde doch nicht dass du Präsident bist das ist alles hey machen wir jetzt eigentlich mit zwei Drittel mehrheit oder ohne nein das ist jetzt bin ich im Präsident ja das ist zu wenig wählen im Koto im Koto im Koto im Koto total unauffällig es ist mir so klar was Julian jetzt voted was ich will nein ja genau die ganze Zeit ist nicht so als wenn die Faschisten dann wahrscheinlich gewinnen ja wer soll dein Kasten sein du ja auch geil ja da stimmt ja nein alles nein wollen ja ganz im jetzt wer jetzt nein wurde die ganze Zeit jetzt hallo wer jetzt die ganze Zeit nein wurde ist Faschist weil das hier wird weitergesetzt und werden immer Faschisten Karten als nächstes kann der Tür automatisch aufsetzen Scheiß wenn Faschisten Karten ja ich komme oh wer jetzt ein Grund hat eine Faschisten Karte ich war erst bei 3 ja 3 ist ja auch bei 4 nein bei einer wird die weitergesetzt bei zweiten wird die weitergesetzt bei dritten wird die weitergesetzt Ende ja und wer hat jetzt deine Karte hingelegt jetzt ist Stein ja ist doch richtig ja das ist doch richtig doch eine Karte eine Karte eine Karte nein ist kein nein nein Junge bin nein nein Karte ich stelle den jemanden ab ich hab das schon zehnmal gefragt was ist denn wie stimmen wir ab zur Hölle hä sobald ja und nein sobald ja ab der Hälfte ja ab der Hälfte bei der Mehrheit geht's Mehrheit ist nein nein ist nein und Mehrheit ja ist ja echt ja und was ist mehr bei Gleichstand ja ist nein dann geht das hier einmal weiter und demnächst wird Präsident genau und das ist jetzt schon dreimal passiert ja also ich muss hier Faschisten Karte hin hey da gibt es aber vier Punkte oder nicht ja ja guck mal wenn du zählen kannst wenn du zählen kannst nein ich kann nicht ich bin inkompetent der erste okay das erklärt eine ich war für dich gewählt weitergesetzt jemand wird nicht gewählt weil er gesetzt kann du lernen ich bin inkompetent ja das stimmt allerdings gelernt was habe ich nie zählen gelernt also ich auch nicht deswegen so nächste Kandidatur und wer jetzt die ganze Zeit nein nimmt das ist total dumm wir wissen doch über keinen was ja deswegen ja weil ihr ich glaube also Katori Stein Leon und Gamer die ganze Zeit nein nein das ist schon mal einer von zwei von den vierten sind bestimmt zwei von den vierten sind bestimmt ich glaube ich glaube ich werde ich werde ich werde Kanzler gewählt ok nein das sind die Anlieberal ich werde gewählt ich werde gewählt nein 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 boah alter ihr seid doch alle so dumm das ist doch nicht wahr boah alter bin ich hier der einzige Liberale am Tisch oder was ich bin doch klar gemacht es ist Foto Präsident Julia du bist der einzige Liberale du hast voll recht ja anscheinend ja schon im Tracker wird die ganze Zeit weitergesetzt werden die ganze Zeit in faschistische Regierungen gebildet Gamer ja achso ich muss ab ich muss abstimmen ne ja dann möchte ich mich auch machen ja weil ihr beide seid man ich wollte ja selber auch nein warte 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 was ja eben weil nein gewottet so ab jetzt stimme ich immer ja sobald wir solange wir nichts über jemanden wissen außer bei Kotori ja ja komm mal wer wird Kanzler es wird so oder so wie der Nein gewottet also bitte ich wollte jetzt ja man und man muss was über Leute rausschauen sonst wird die ganze Zeit faschistisch gewählt das ist doch kacke ist doch geil auch mal ne schöne Runde Foto hm was jetzt warte ja oder nein du wirst gewählt nein oder nein ich schwör ich glaub Kutori also Kutori ist bestimmt Faschist da bin ich mir sehr sicher Tarkan hat auch wieder ein gewollt ja Tarkan ist auch irgendwie komisch haha ja hab ich auch so ich wähle jetzt den Stein Steini der kommt mir noch mit Leon der kommt mir noch ein bisschen überall vor oh der kommt mir noch mit Leon jawohl ja Leon ich hab auch gestern Nacht ich hab auch kurz über ja endlich man oh mein Gott ey ich hab mir auch wieder ein Präsident gewesen wär ja also ich darf jetzt endlich mal was machen alter außer die ganze Zeit ja 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 nein 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 bei Kutori hast du ja deinen gedrückt also ja weil Kutori ist man ich war nicht ernst ne ja 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 nein nein jetzt sinds drei rote darf er noch nicht sagen habe ich schon zwei faschistische oh mein Gott ey seid doch so Moment Moment wer war da wer war da ah ne der ist noch nicht so gern der fuck wer das ist das also du darfst euch die ersten drei angucken bitte bitte ich würde zufeiern wenn jetzt einfach nur insgesamt sechs rote kommen bitte was was ach falsch ja du darfst zurücknehmen wenns falsch ist ja ich hab beinahe die Falsche genommen ach so ich dachte jetzt schon Mann ok er ist wahrscheinlich lieber Verhalde ich hab im roten äh blau-game äh äh da bin ich rot wo ist jetzt eigentlich noch da äh blöd ob der er hat schon ja gewollt ich hab das ich hab die erstes falsch rum ausgelegt und zweitens äh weiß nicht mein Absicht ähm war schon mal ich muss neu gucken die Leute sind das eh hundert Promann die anderen sehr arg lustigerweise mitgezogen Quoto ich glaub Katori und Gämer sind das ok du kannst wenn die ganzen Asche kommen gehen mein Freund ja ok Leute glaubt die meines Ernstes darf ich dir gleich alles reingeben jo mach das ok dann gehts ja unser unser Hitler der ist ja ist ja Gamer warte also zwei Leute will wir bei uns ein Hitler ist ja Gamer was würdest du dem nicht lieber ein Feld machen Katori ich hab auch kein Feld Katori war das jetzt ohne Feld so ne Angst hab ich auch immer Koto jetzt komm weil wenns schreck ist kann man gleich reinschauen komm Koto zeigts mir ja was hast du dir geben ich hab dir ne blaue gegeben ja guck dir die Karten an guck dir die Karten an Gamer ja genau als ob das jetzt gemacht hat sagt Gamer die Karten angucken kann ich hab zwei blaue und eine rote gezogen aber ich war Koto für die Wahl ja kann ich hier glaube ich dir weil es Katori's Ausrede jetzt guck dir die oberste Karten an du darfst du welche ansteuern ja ähm mhm sagt auch nicht sagt erst nachher was da drüber am besten ja ähm also Gamer ist für mich liberal und Koto ist eindeutig faschist man also ich will sagen der nächste Präsident hat ne schöne Auswahl das ist so ähnlich das hast du nicht gesagt David Forse Präsident ja du darfst jetzt jemanden wählen als Kanzler ok alter Katori ist so kanzischist alter Katori ist so kanzischist äh also alter ich will das einfach weiterführen ich weiß ja welche drei Karten es sind soll ich jetzt mal auf neigen gehen? mach ich auch nicht boah alter Leon hör nicht auf die ich glaub also Katori ist bestimmt und Gamer trollt nur boah boah weißt du Stein Stein ist der einzig ansatzweise proven nur weil er die einzige liberale Karte gelegt hat seid ihr alle Faschisten oder was? wer soll Kanzler werden? ja haben wir doch gesagt man Katori Julians Hetzrede wir antrenkanzler werden Koto was ist Leon? gebt euch mal Julians Hetzrede weil ihr alle total behindert spielt das ist doch kein spielen der sagt gerade über der verdächtigt gerade alleine vier Leute nein vier Leute könnts hier auch nicht sein nein ich will einfach darauf hinaus arbeiten dass Koto gleich Präsident wird und dass er ich weiß was genau ich weiss ja ich weiss ja ich weiss ja ich will einfach dafür dass Juli die Klappe hält und darauf arbeite ich hinaus wir Leute aufeinander aufzwitzen ja also Leon ist du nicht dein ernst oder? ich will dass ihr richtig spielt und nicht die Koto weiss ja zwei Faschisten die könnt das ja gerne machen das ist auch richtig zu spielen was jeder macht aber die Liberalen das ist einfach nur dumm weil die ganze Zeit die Regierung weitergesetzt wird ach wir reden jetzt über mich? ja das ist ja cool nein 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 ja 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 für die Jahre ne gut danke gut ich weiss eh welche Karten es sind also es führt eh aufs gleiche hinaus du musst wieder n töten aber jetzt aber jetzt keiner mehr Kotori wählen das ist wahrscheinlich das ist wahrscheinlich das ist 3 blau der ist 3 blau folgt meine worte nicht Kotori wählen der ist bestimmt hinten äh ich tue hier das war Salty ich glaub der ist hinten ich bin nicht ich bin nicht Salty es ist egal welche du wegwirfst ah schon wunderbar ja das sind 3 blaue äh hey Leon hey hier nimmst du also ich glaub ich liebe ja weißt du mal ich weißt du die hat ne sehr sehr schöne Farbe ach ja denn ich mag die Farbe rot ja das ist die Umbring ich geh das denn umbringen Steini ich wollt nämlich dass Koto Präsident wird das Koto dann drei rote gibt und dann einfach Julian und bringt dass er die Klappe hecht kann die nicht greifen na nix gegen dich Julian aber bitte eine Runde müssen wir Spaß haben das ist so irrsinnig wie ihr spielt boah ihr seid doch alle nicht mehr richtig im Kopf man warte mal warte mal warte mal warte mal wenn Hitler Kanzler wird hat es vorbei nein wenn jetzt erst Hitler Kanzler wird also wenn jetzt Hitler Kanzler wird also wenn jetzt Hitler Kanzler wird ich bin Präsident und weder Steini Kanzler und Kanzler ist Hitler dann haben wir gewonnen also erst ab jetzt wenn du jetzt Hitler bist dann hast du dann habt ihr trotzdem nicht gewonnen ok ich weiß auf jeden Fall wer Hitler ist weil Leon schon so ne Karte im Griff hatte äh aber gehen wir jetzt nur mal davon aus aber im jetzigen Zustand ist ja schon in den drei Feldern eine Rote und nein 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 da steht was auch da steht ähm if Hitler is elected das heißt wenn Hitler gewählt wird aber er ist ja nicht gewählt worden also nachdem es gewählt wurde nachdem es gewählt wurde nachdem es gewählt wurde n jetzt sind wir sind dass in diese Rolle bei mir irgendwie klaren ich bin als Präsident nein, Gamer, du darfst es eigentlich nicht sehen, weil du das strategisch noch spielen kannst okay, ich nehme Gamer als Präsident yes! ah das ist hier so, bitte äh, warte mal das ist Demokratie, du hast kein Wahlrecht ich bin für Jahr, das ist Gamer hey, wenn jetzt die Liberalei gewinnen, dann lach ich mir auf einmal ab Niemals wenn wir jetzt Hitler töten, die wir ab meines wäre mir so scheißegal, wenn ich umgebracht werde ich hatte meinen Spaß klar, Gamer, ich stelle dich jetzt vor die Wahl, ne? ja, keine Wahl ja, keine Wahl dann werde ich dich umbringen keine Wahl ne, geile Faschistenwahl ne, okay, Gamer, ich weiß, wenn ich dich umbringe ne, Gamer muss sterben mich nochmal, ne, richtig? ja Gamer kann ich bitte diese, diese nein dann kann ich aber niemanden umbringen okay, nämlich die ja, den kann ich auch nicht nehmen ne, kanns auch nicht dann kann ich auch niemanden umbringen also weißt du was, Gamer? die von den Wahlgestätten faschistisch spricht boah oder liberal, du weißt, was du gemacht hast du hast nur Faschistenkarte gelegt, deswegen ich jetzt Hitler töten kann oder bin ich netter wir haben warte, Hitler ja ja ja, Alter boah, Alter, wie scheiß hab ich hier denn gespielt und Hitler gewinnt Hitler gewinnt ich wusste gar nicht, wer noch Faschist ist, weil ich Steini, weißt du, Steini war für mich der einzige liberale es gibt noch einen Faschisten Steini, es gab nur dich als Faschisten joo das geilste, aber wir haben den Faschisten so in den Hangkarten gespielt boah, Alter, gut ich hab noch im Chat geschrieben, Kotori und Leon Selfroll, weißt du und Kotori das von Leon war ein bisschen auffällig also wenn jetzt Hitler Kanzler wird also wenn jetzt Hitler Kanzler wird, ne, also hier, ne, also boah, ja das war's von dieser Folge, ey, so schlecht weißt du, dass da die Liberalen gewonnen haben, ist so ein Wiss, ne boah